So wirst du Agenturinhaber in nur 60 Minuten. Hi und herzlich willkommen auch hier wieder in einem brandneuen Video auf dem SMMA-TV-Kanal. Mein Name ist Max Weiß und ich möchte dir heute in diesem Video beschreiben, wie du wirklich in 60 Minuten ein Agenturinhaber werden kannst. Das bedeutet, wie schaffst du es wirklich, dass in 60 Minuten die Struktur deiner eigenen Agentur steht. Ansonsten, wie du siehst, ich bin hier wieder in meinem gewohnten Setup in Deutschland und freue mich jetzt auf jeden Fall auch auf die nächsten Videos hier auf dem Kanal, denn ich habe sehr, sehr viel geplant. Ihr könnt wirklich super gespannt sein und solltet deswegen auch auf jeden Fall hier den Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir jetzt aber auch gleich in den allerersten Punkt, was wichtig ist, um in 60 Minuten Agenturinhaber zu werden. Es gibt nur noch kurz davor, wieder eine Blue Light Brille natürlich auch in diesem Video zu gewinnen. Und zwar alles, was du dafür tun musst, ist nur einmal hier das Video kommentieren, Video liken, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren, sodass du auch kein Video mehr verpasst. Und dann werden wir direkt wieder im nächsten Video auslösen, wer die Brille gewonnen hat und werden die Brille dann auch direkt an den Gewinner rausschicken. Ansonsten würde ich sagen, fangen wir jetzt aber wirklich direkt an. Und ich will schon mal vorwegnehmen, wenn du eine eigene Agentur gründen möchtest oder eben eigene Agenturinhaber werden möchtest, brauchst du dafür irgendwie keine Ausbildung oder kein Studium oder so. Das ist immer was, was viele denken, okay, sie wollen eine große Agentur aufbauen mit Mitarbeitern, Büro und so weiter. Sie haben aber keine Ausbildung und kein Studium. Ich kann dir sagen, ich selbst habe auch keine Ausbildung, habe auch kein Studium gemacht. Und das sind eben auch zwei Dinge, die du absolut nicht brauchst, wenn du deine eigene Agentur im digitalen Bereich aufbauen möchtest. So, jetzt kommen wir aber zum ersten Punkt. Und zwar der erste Punkt, den du machen musst, ist, definiere deine Angebote. Und ich habe extra das Video auch so genannt, Agentur aufbauen in 60 Minuten, denn ich will, dass ihr all diese Punkte, die ich euch jetzt beschreibe, dass ihr euch dann nicht zu lange aufhaltet. So, ich will nicht, dass ihr wochenlang an euren Angeboten sitzt. So, ich will, dass ihr euch hinsetzt, eure Angebote definiert und dann loslegt. Denn es gibt ganz, ganz viele Agenturinhaber, die versuchen sich damit immer wieder in die Komfortzone zu holen, dass sie einfach nur irgendwie ihre Angebote definieren. Und dann holen sie keine Kunden rein und sagen, es liegt an den Angeboten und an den Angeboten und so weiter. Und zwei Monate später haben sie immer noch keinen neuen Kunden reingeholt. Deswegen, Punkt Nummer 1, definiere deine Angebote und Dienstleistungen. Und dort einfach konkret, okay, was möchtest du anbieten, zu welchem Preis? Dass du gewisse Pakete hast, drei verschiedene, vier, fünf verschiedene Pakete. Und du gehst dann auch nicht zu deinem Kunden hin und stellst denen alle Pakete vor, sondern du gehst ins Verkaufsgespräch, schaust, was der Kunde wirklich braucht. Und genau dafür bietest du ihm dann ein einziges Paket an, welches dann auch wirklich seine Probleme löst. Kommen wir zu Punkt Nummer 2. Und zwar überleg dir einen Firmennamen. Auch hier verschwenden so viele viel zu viel Zeit, dass sie ewig lang überlegen, wie soll die Firma heißen, das Logo aussehen und so weiter. Setz dich hin und brainstorm einfach wirklich mal einen Namen aus, der einfach angemessen ist. Es muss jetzt nicht der ultraheftigste Name sein, sondern es sollte einfach was sein, was zu dir als Person passt und was eben auch zu deiner Dienstleistung passt. Dann machst du eine gewisse Kombination und fertig. Punkt Nummer 3 ist dann, du meldest direkt ein Gewerbe an. Das dauert auch nur wirklich 10 Minuten. Du machst einen Termin bei deiner Gemeinde, bei deiner Stadt aus, gehst aufs Gewerbeamt, kostet dich 35 Euro und schon hast du dein erstes Einzelunternehmen angemeldet. Punkt Nummer 4 ist, besorge dir ein Handy und ein Laptop. Das ist wirklich das ganze Equipment, was du für einen Anfang brauchst. Einfach wirklich einen normalen Laptop und ein Handy, damit du arbeiten kannst, damit du E-Mails schreiben kannst, telefonieren kannst, Accounts managen kannst und so weiter und so fort. Und dann hast du da auch schon mal alles, was du brauchst. Und Punkt Nummer 5 ist natürlich, hol dir deine ersten Kunden. Du hast jetzt deine Angebote definiert, du hast deinen Firmennamen, du hast dein Gewerbe angemeldet und du hast das Equipment. Das heißt, du hast im Endeffekt alles, was du brauchst, um deine eigene Agentur zu starten. Jetzt fehlt dir nur noch eine Sache und zwar Geld. Und Geld verdienst du natürlich irgendwo mit Kunden. Das bedeutet, du gehst konkret mal raus und überlegst, okay, wem könnte ich Dienstleistungen anbieten, wen kenne ich, wen kennt vielleicht mein Dad, meine Schwester, mein Freund, der ein Unternehmen hat, der meine Dienstleistungen brauchen könnte, der aktuell Mitarbeiter sucht, der neue Kunden beispielsweise braucht, der mehr Reichweite braucht und so weiter und so fort. Und genau an diese Leute kannst du dann einmal rantreten und kannst deine ersten Dienstleistungen verkaufen. Du wirst dann direkt deine ersten paar Kunden drinnen haben und wirst somit die ersten Referenzen aufbauen. Du wirst Selbstvertrauen aufbauen, weil du eben auch eine gute Dienstleistung ausführen kannst und du wirst, wenn du die Dienstleistung gut machst, natürlich auch direkt weiterempfohlen und bekommst direkt deine nächsten Kunden. Deswegen macht euch bitte den Agenturstart nicht zu kompliziert. Macht es einfach, haltet euch nicht zu lang an gewissen Dingen auf, die euch nicht viel bringen, sondern schaut, dass ihr genau diese fünf Punkte wirklich einmal durchmacht und dann seid ihr bereit, eben Agenturinhaber zu werden. Ansonsten, wenn du sagst, okay, du willst wirklich konkret Hilfe dabei haben, dass wir dich wirklich an die Hand nehmen, wenn du deine eigene Agentur aufbauen willst, dann check gerne mal die Links in der Videobeschreibung ab. Dort kannst du dich unter anderem ein kostenloses Telefonat mit mir eintragen. Dort schauen wir uns dann einfach mal an, wie der Weg für dich da konkret aussehen kann. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, gib gerne dem Video einen Daumen nach oben, schreib mir dein Feedback in die Kommentare, abonnier den Kanal auch für mehr Content und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Bis dahin, euer Max. Ciao.